Ja, wenn du kein Gas produzierst, mach ich das! So, warte hierher! Das ist ja... Da mal dein Chef, spring deinen Arsch hierher! Also, ich werd mal nebenbei ein bisschen was sagen. Vielleicht denken sie sich, warum müssen die jetzt so lange warten? Warum ist der Appell so lang oder sonst was? Becker ist einer, den wir wirklich schon seit sieben Jahren bei uns haben. Und ob das jetzt bei der SAP viele Leute sind oder bei der State, wir wirklich schon seit sieben Jahren zusammenspüren. Hurra! Äh, arbeiten! Ja, tschüss! Streich! 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 Das ist aber im Hintergrund, ich hab einiges mal gemacht! Ah, ja. Du Dommelst Auto! Aber fahren bitte anständig, ja? Ja, aber richtig darf ich auch nicht. Ewe? Alter, Alter, Alter. Ich dachte, der sitzt hinten auf der Rückbank in die Puppe oder so. Oh, Junge, ey, das war so. Jo! Huselig. Komm jetzt her, Mann! Lass doch das jetzt mal reden, wir sind mal in Ruhe. Was ist das da mit Kissen? Damit ist der Appell beendet, danke für Ihr Erscheinen und Kommen teilweise, ne? Ruhe, Finnaven! Ich hab gar nichts gemacht. Nur deine Bier getrunken. Viel Spaß auf der Straße, Leute. Kalt schmeckt Wodka, aber viel besser. Das Gespräch ist kaum zu ersetzen. All meine Freunde können die schätzen. Doch als ich eben aus dem Fenster sah, wurde mir eins sofort klar. Wärst du jetzt hier und nicht so weit fort. Dein Gingeln wäre aus, packen sicher kein Wort. Können einfach lieb ficken, ficken wir hier. Deutsche, du auf den Rücken und ich über dir. Mal schnell und mal langsam. Wann irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Dann einfach lieb ficken, fertig. Dann bin ich schon gekommen. Wenn ich meinem Hund einen Currywurst in den Arsch schiebe, dann macht er solche Geräusche. Ich finde, du hast ihn ziemlich schwach angefangen, aber dann mit der Zeit ihn noch stärker nachgelassen. Oh, ich weiß nicht. Joa. Maasai. Ja, bitte was? Servus. 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 Klipp das bitte! Wer fahrt das nicht? Wer wird der Grund gelaufen? Da kommst, da kommst! Schwede vergeigst in Einsatz. Tequila! Das war die erste Strufe! Kannst du das mit den Armen jetzt immer so machen? Ja, das ist halt die Frage, ne? Brauchen Sie da Unterstützung bei den Piloten oder kriegen Sie das hin? Äh, wir schaffen das selber. Dann muss ich mal sehen, Alter. Wir schaffen das. Oh mein Gott! Wir brauchen noch mehr der PMU für die PMU. Wie kann man denn so ein unfähiges Stück Scheiße sein? Ja, check. Also es fällt gar nicht auf mit der Geschwindigkeit. Die Jules 30 meldet eine Aktie. Also am besten an der Cover starten kannst du nicht... ... bei Ring of Fire, Richtung Süden unterwegs, Richtung Hotbox. Fahr weiter Richtung Süden, Richtung Hotbox. Sind die Sehnen? Scheiße auf die 10-Zwehen-Kurse hier. Das ist auch nicht. Fischer verpiss dich! Was? Fahr weiter! Fischer! 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 Nein, geh nicht auf, du musst mich wieder mit meiner Frau unterhalten. Was für ein Ehrenmann bist du? Du weißt ganz genau, was wir jetzt machen. Also nicht das, aber das andere. Scheiße Elektroautos! Bitte? Scheiße Elektroautos! Ich fahr V12, 30 Liter auf. Fick die Keder! Ja, wenn du kein Gas produzierst, mach ich das! Oh, Alter! Das kannst du doch nicht machen, wenn ich trinke! Da hat die Heckscheibe rausgeschissen, Alter! Der war eine Nummer zu heftig. Die Scheibe, Bruder! Hotbox! Oh, war die Scheibe, Bruder! Hurra! Hurra! Der ist wieder vor Ort. Den kenn ich tatsächlich noch nicht. Erklär mal! Erklär mal! Wenn du deine Frau, die ja aufs Gesetz setzen lässt bei den Tornen, ne? Ja, das gehen wir mal. Oh Gott! Ja, ich wollte vor allem eigentlich auch noch zuschlagen. Ich wollte schon immer Time Boxer werden. Oh Gott! Lass mich im Casino ein bisschen gambeln! Oh, kannst du schon probiert hier beim Laden den neuen Dexos Energy? Ich! 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 Ja, Stahl! Ich hab' lange nicht hier ja dich nicht mehr gesehen! Ich hab' lange nicht hier ja dich nicht mehr gesehen! Jadies! Jadies! Der will aber nicht. Gönnen ist gut! Toilettes Fahrzeug mit Toilette. Wir hatten so einen Lkw-Bemson. Fäng mir auf den Sack. Am Ende der Getreide-Mühle will direkt ab und direkt im Osten und dreh rum. Der Getreide-Mühle wird direkt im Norden. Ich hab' meiner Freundin letztens so ne Perlenkette gegeben. Das waren so grüne Perlen. Die waren aus Yadi. Kein Sicht. Jadesteine. Hier ist aber der Bösewicht von den Schrankkuchen. Der Bösewicht von den Schrankkuchen. Der Bösewicht von den Schrankkuchen. Gargamel? Gargamel, ja? Ach, ich dachte gargähwiel. Ja, wer mit dem auf Streife geht, der hat den Kürzeren gezogen. Ne, der Leckere, weil er der Kürzerer ist. Wie schnell fährt die? Ne, 95 Minuten. Um Zettung und Viper, weil er nicht ist. Du kommst mit dem Ochre ist. Dieser Brustgemer, weil wir eine Freude haben. Der Leckere, der Leckere, der Leckere, der Leckere, der Leckere. gjord das Leckere, der Leckere, der Leckere, der Leckere. Wirkliche, die Leckere. Bis zum nächsten Mal.